Zwei Tage vor den Männern kämpfen im Champions-League-Finale der Frauen Olympique Lyon und Paris Saint-Germain im englischen Cardiff um den Titel in der Königsklasse. Mit dabei die deutschen Nationalspielerinnen Pauline Bremer, Josefine Henning und Frankreichs Spielerin der Saison Jennifer Marojean. Wir hatten eine gute Woche und wir vorbereiten uns gut. Ich fühle mich gut, dass wir eine gute Woche gemacht haben. Ich bin froh, dass wir hier sind. Für das DFB-Trio in Lyon würde der Gewinn der Champions League nach Meisterschaft und Pokalsieg zudem das Triple bedeuten.